einfach weitere poli trinken habe ich noch nie probiert ja ich sehe jetzt immer das dunkel blaue das die dabei bei tik tok immer alle sagen hier rennt hier hin also für mich schmeckt das nicht und das geht kann man trinken aber muss man nicht ja so blau wäre also ich würde sagen ich würde weiß was das ist lassen wir doch mal dann die drei tage mich in ruhe lassen wir doch wochenende junge nein ich will wochenende geht doch nicht ich schwöre der gegner mit ronaldo live mit ansatz die kommen rüber die poschen er sagt ja die poschen ich weiß leider nicht ich habe ja ja ich weiß ich habe den ganz gut gesetzt das war eine waffe dahin habe ich und warten wir haben das wieder geändert dass du deine andere da bekommt stimmt ist die falsche warum das war hatten wir letzten wo die nächsten die ja gesagt nicht keine ahnung wo das problem liegt muss ich gleich mal nächste runde gucken muss mich noch mal dran erinnern er liegt er liegt ihm allein was die brüche heute nimm lieber seine oder so ja nimm über seine guck mal das ist die gleiche ist aber auch so viele platten mit farben ja das kann ich mit aufhören das ist genau die gleiche hier lacht man lacht man mp das ist seine eigene also moni habe ich genug ist voll stehe ich kann ja moni noch verstehe ich nicht warum das aber auch von mir kann ich habe das lechte da wo die blutnamen das war keine ahnung ich kaufe mal eine andere weil deine meier muss damit grün deswegen ich habe jetzt mal eine andere eine standard gekauft egal muss ich damit leben erst mal also geld haben wir genug noch rüber gehen und die sachen da auch noch weiß ich nicht kann man machen das geht ab aber nie am ließ da müssen wir uns wieder benehmen nein müssen wir nicht ihr würdet sich nicht benommen das ist hier ein asozialer stream hier sind die asozialen doch du bist asozial ich könnte etwas sagen aber nein sagt das alles sagen dass du sein willst nein danke ich dir später ok ich kann auch kurz mut machen ja hört die das dann ist nein ja mach mal auch die dann abgebrochen ich habe das danke für ich weiß nicht was das ist ne eichhörnchen glaube ich aber danke für das geschenk der bastard hat den voll gut gesetzt der kleine ja der richtig gut gesetzt das muss man ihm lassen hat er unseren schönen handy zerstört sein warte das ist gut platten weil eine aber hier ist eine drohe ne egal kannst du mitnehmen oder sollst du was anderes nehmen ja ich habe keinen platz ich habe jetzt erstmal mörser weggeschmissen wo ist er denn sonst setzt den einfach den mörser naja hast du schon genommen glaube ich muss man ja nicht ja ja da so ein hund er hat genau geplant wo wir landen ja der wusste glaubt dass sie hier dran wollen ja 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 naja warte das kannst du haben hier claymore kannst du mitnehmen ja ich habe immer jetzt also ich habe mir jetzt angewöhnt annäherungsmino und claymore junio kommt gleich zeigte wieder wieder geht hat er gerade geschrieben ja hatte ich selbst die scheiße warte ich setze den anlass damit kein platz nichts getroffen man gut gemacht morgen der art sagt er sagt missgeburt sagt einschläfern bringt nichts sagt er sagt bei meiner mutter die muss ja nicht zum tierarzt so wie du du gehst zum tierarzt weil man jeden tag bellt wer macht denn immer boop auf der straße für 1 cent du? weil er betteln ist du bist immer so frisch ne valla sorry hab ich von dir gelernt tut mir leid ach frag mal ohne beleidigungen geht das? nein ich bin ein asozialer geht nicht genau wie deine mutter die ist auch ein asozialer von der hab ich das auch gelernt weil die mal bei mir ist schlechter umgang weißt du? geht nicht genau nicht bei dir sein sorry ganz hart mit der lüg nicht was macht der junior eigentlich zu hause hast du keine keine spätschicht? ich hab gedacht er hat spät ja doch oder nicht? hat er nicht gesagt dass das Urlaub ist? kann auch sein hab ich wieder vergessen mein gehörn ist klein da passt nicht wieder rein guck mal das hat sich sogar gereimt ich bin ein richtiger poet ich bin ein poet hallo intelligent schlau schön ja ja wie ja ja das heißt ja du hast recht mein könig ich bin könig marcel zu mal sehen machen wir den tam d hat mehrmals geben wir hin dass man hier hinten keine zeit für an machen ich muss kämpfen ich muss leute töten so was kann ich nur zwischen den spielen machen nicht in den spielen hallo hässlicher wieder ist hier sind wir ich bin im nächsten busch ich komme mit der hässlichkeit erzählte mir seine eier ins gesicht ich glaube so was immer auf dem vaters schwanz was machst du neben mir geht weg jetzt was ist heftig und wieder mit was ist heftig wie die olle da bietet die bekommt ne likes und so die dann habe ich da habe ich nicht drauf geguckt auf die dikes hoffentlich fällt sie runter kommt nicht hoch und deine mama fällt runter hallo was geht es war sie ist da von amelie der papa er den ja haben die letztens gefahren wegen wegen links wieder schneiden machst du jetzt auch videos eigentlich war sie hey marcy bester mein junge folgt mir ja hallo der ist diga was jetzt auch ich weiß gar nicht ob ich die stimme abwarten na wo ist der kack der muss ich ja gleich auch mal folgen er muss sich einstellen das ist nämlich gar nicht eingestellt aber eben schnell machen ah hier ach du scheiße du bist weg hallo hier ist Peters Mutti hier ist Peters Mama mein sohn jetzt halt mal die schnauze und benimm dich ja mein hundesohn mein kleiner hundesohn Peter oh wir werden beschossen glaube ich ich habe keine zeit ich muss äh wo sind die opfer ich muss menschen töten ich habe keine zeit mehr für dich klauen schalka says du hast einen weg ein bisschen ein bisschen äh balla balla mehr als einen weg ich habe noch eine drohne sogar egal wir laufen hier außen her und dann in die zone rein das ist so der plan wenn wir jetzt sterben bist du übrigens schuld ne Peter weißt du ja jetzt sei schuld deine mutter ist schuld weil die mir die schenkel auseinander macht wo mich das ablenkt kleiner a weißt du nicht kleiner kein benehm dir Junge kein benehm da sind ja nur Tatsachen die ich sage ja 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 wirklich was machst du eigentlich schon wieder hinter mir naja wir müssen uns jetzt mal konzentrieren das ist jetzt hier ne sollten wir jetzt vielleicht wirklich mal weil jetzt äh guck mal hier jetzt gib mal du in den anderen Busch hier ist doch geil bei 4 ja ja oh oh Controller macht wieder Faxen das Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlinkt oh da können wir sehr schön hinlaufen bereit machen für Kontakt am besten jetzt ok die Vorratskissen sind wieder aufgefüllt rüstet euch aus was ist die Mama wieder ausgerüstet deine Mutter ist wieder mit Kondomen ausgerüstet weil die wieder arbeiten geht naja werfe eine Rauchgranate einfach mal so ja gut super geschmissen also meine super geschmissen werfe raus zieh ihre Bühne bis jetzt haben wir noch keinen Gegner getroffen nice Amelie Y6 hier paar Likes hier paar Likes danke für die 224 Likes wenn du live gehst dann musst du Geld dafür bezahlen wenn du zu hässlich bist nur rede nicht du hast immer verloren das ist mal doch ganz reden weil du Leute bezahlt hast ja die Junge die sind auf meinem Kauhund hallo die kann sich jeder angucken oh oh ich bin raus gegangen Bruder was bist du? nein ich bin raus ich bin raus aus diesen Dingsgehörigen da ich guck grad ob ich Kickenhasee na ich hab auch noch ne Drohne Lass mal doch chill ne ich sag nur ne ich sag nur halt wieder die bleiben noch am Rand ja wär besser ne ja ja ach guck mal hier ja sollen wir das doch mal hin ja ich bin auch raus gegangen verstanden kommt der Drohne im Einsatz Störung läuft ja hier ist doch wieder schön ja hier 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 aber das ist out ja ist nicht in der Zone ja passt richtig ne aber hier ist in der Zone ja ja doch ich könnte eigentlich keiner kommen aktiviere Mine nochmal zwei Minen dahin geworfen von hinten dass da keiner kommen kann das weiß ich doch das war am Start das seh ich doch ich hab auch meine Kamera ein bisschen umgestellt und das ist grad eigentlich wenig Zeit für hier guck mal jetzt ganz ganz man kann mich ja komplett sehen will doch keiner sehen doch die ganzen Frauen die sagen immer oh Marcel zeig dich doch mal wir wollen deinen geilen Körper die alten Frauen die dir schreiben sind fett und hässlich alter rede mich deine Mutter ist nicht alt und fett und hässlich na meine Mutter hübsch ja siehst du sag ich doch da war schon mal die Wahrheit er muss ja auch einmal am Tag wenigstens sein mindestens Minimum geht's dort bist du die größte Lappen aus die ich kenne und ich muss nur was sagen da auf dem Dach ist einer da wo auf dem Dach bei deiner Mutter ne hier auf dem Dach nein zeig dich nicht nein zeig dich schon nicht ja ja du und natürlich sieht er uns hässlich ey du Arsch doch Kind guck mal der ist runter gesprungen wegen dir bestimmt der angst gekriegt wir müssen kämpfen wir müssen kämpfen bis zum sieg oder der ist gesprungen weil du so ein hässliches Gesicht hast weißt du er hat die Ruhe gesnapt dann hat er eine Fragze gesehen dann hat er gesagt nee der hässliche Peter wieder Hater mein Sohn ich haffe dich du Stück Scheiße schöne Grüße von deiner Mama Fick dich mein Sohn ich war wieder hart drauf heute was ist denn da schon wieder los warst du wieder frech hast dich wieder nicht benommen oder oder was ist da was für Warte was machst du schon wieder da was laberst du da ich hab gefragt was du hässlichabengel da wieder machst ich hab äh mein Treffetgrüße wir müssen zu diesem Haus eigentlich und dieses kleine Stück Wasser ist einnehmen Bob Attacke hier sehe ich schon wie wir sterben ja ja da oben wo erhält deine Ausrüstungslieferung ja auf dem Dach bestimmt ich sehe Schüsse irgendwo dahinter kann man nicht äh von außen hochklettern ist da nicht ne Leiter irgendwo ne Leiter ne Leiter was boah hier ist ne Dings gelandet ne hast du gesehen hier ist eine Ausrüstung gelandet hier ist eine Ausrüstung gelandet boah überall boah überall einige Teammitglieder sind noch außerhalb der Sicherungsdrohne bleib bei mir aber können wir da rein oder Lauf direkt rein ja ja das kam von rechts jetzt gesehen ja mach zu den Bums feindliche Drohne aktiv ist Raymond aber sind da noch in der Tone ne ja ja platziere Mine hab du nur ne Mine hingelegt mehr hab ich nicht gemacht ja warte mach einer auch noch nach unten ja muss nicht ja ich hab doch aber ich mein und wenn wir gleich raus müssen mach ich Drohne an musst du wieder im Controller pusten scheiße naja das Gas weitert sich aus Sicherheitszone verliegt 40 Sekunden wir hätten könnten sogar ein Auto nehmen ja ja meinte ich ja einfach Drohne anmachen und Auto nehmen ok ja ok verstanden Drohne kreist über Einsatzgebiet Aufklärung online irgendwie über einem Haus sind Plätze ja ja ich weiß doch doch einfach weg hier der hat uns sogar ein bisschen getroffen der Bastard aber die Frage ist warum hier ok hier ist doof obwohl warte warte plan wir bleiben hier nee geht nicht ja ich hab mich verguckt komm komm rein ich hab mich verguckt ja doch ich empfehle euch die Sicherheitszone aufzusuchen fack auch vor Dings auch vor Dings ja ich weiß schon gesehen ist grad schlecht ich hab eh klappte Dings ja hier bleiben wir erstmal oh da ist einer hab den ich bin tot sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ja 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 bester Mann Junge auf der Autobahn sind welche ja ich bin sicher klar aber ich hab ein Dings ich hab ein Prezi und wir haben Bohrladung ja ich hab auch noch einen Mörderschlag ja das ist dann setzt du den mal auf der Autobahn unser Mörderschlag ist im Anflug hab ich ah da geht der zu rüber ja 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 ich hab den lass mal nach rechts weiterlaufen oder hier ist Zono wieder wo ich bin ich bin in der Zono das auch dann hab ich vielleicht den Prezi passt du mal von hinten auf also jo die sind hier hinter hier ja lass also wenn du nicht schießen musst dann schieß nicht nein nein ich hab nur markiert wo die sind ja 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 Koordinaten markiert Freigabe oh oh oben nein der hat mich ja weil bleib liegen oh wir müssen direkt laufen irgendwie ne hinter uns Aua ich hab rauf gemacht ich glaub unter die Brücke was ich bin jetzt unter der Brücke ich bin jetzt unter der Brücke schmeiß mal nach oben da in deinem Bolle ja der Zone im Wasser hier irgendwo ja ich seh den boah da hat nicht mehr viel da hat wieder einer neben uns ja 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 ich muss nachladen abgehen oh ist grad echt scheiße wir haben ein Problem ja haben wir auch einen hab ich einer noch glaube ich der ist irgendwo hinter uns ja ich mach grad äh Dings rein ich geh 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 ich bleib hier in der Ecke ein Gegner der kommt der kommt der kommt hierher jetzt der ist bei mir sehr gut sehr gut Bamm gut ARD Text im Auftrag von Funk